Herzlich willkommen hier im Weingut Pretz. Ich bin der Horst Pretz. Wir betreiben hier ein Weingut in Rheinhessen, in Bechtolsheim, einem kleinen Weindorf. Zehn Kilometer hier vom Rhein entfernt, mitten in Rheinhessen, also im Herzen von Rheinhessen, mittlerweile in der zehnten Generation. Unsere Stärkendsten sind die Grau- und Weißburgunde, Chardonnay, die ganze komplette Burgundefamilie. Wir experimentieren tun wir schon lange mit internationalen Rebsorten wie Sauvignon Blanc, Cabernet, Merlot und waren der Vorreiter. Eigentlich kann man fast sagen in Deutschland, waren wir schon 30 Jahre, die anbauen, als Versuchsanlage schon damals. Und die gedeihen auch sehr, sehr gut und haben uns mittlerweile auch für sehr fruchtbetonte, aromatische Weine einen Namen gemacht. Auch unsere Rotweine werden sehr gut ausgelobt von allen möglichen Weinwettbewerben und Magazinen. Und wir sind froh, dass wir die so weit gepackt haben. Am Weingut Pretz mag ich die hohe Qualität der Weine, die immer fairen Preise und vor allem die Zuverlässigkeit und Freundlichkeit der Familie Pretz. Und darauf möchte ich gerne mit Horst anstoßen. Danke, Rüdiger. Alles Gute. Zum Wohl. Prosit. Zum Wohl. Prosit.